Oh, guck mal, es sind wieder Bäume nachgewachsen, Melvin. Ach, wie toll. Du weißt, was das heißt. Ich muss essen und trinken. Wow. Was, die Baumstämme? Äh, hast du noch keine Wasserschale aufgebaut? Nee. Was machen wir eigentlich mit den Sachen, die wir jetzt hier gerade bauen? Wie meinst du? Na, das da und das da, wenn wir dann unsere Häuser gebaut haben, unsere Rücken. Ähm, als Erinnerung? Soll ich da für kurze Zeit das Gebäudeschaden anschalten, sodass wir das entfernen können? Also, wenn wir Häuser bauen, dann ja. Ja, wir bauen sowieso Häuser. Ja. So, ähm, die nächste Plattform da oben ist fertig. Da tue ich jetzt den, oder bei den zwei Plattformen, den Rand ziehen. Ja. So, und dann mal gucken. Da ging es hoch. Äh, Zaun, Zaun. Da. Und einmal das Lämpchen. Na, wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Äh, sag das nicht zu laut. Okay. Mach ich nicht mal. Du weißt, die Dudes sind schneller wieder hier, als es uns lieb ist. Ja, Sportnote 1. Was ist das Scheiß, dass ich den Baum hier gehittet hab? Ich würde auch gern so eine Harz-Sammler aufhängen. Geht das nicht mehr ab? Doch, jetzt geht's wieder. Oder war das der Baum, den ich gehittet hatte? Ich glaub, der war das. Einfach mal testen. Oder der ist halt wieder in der Nacht repariert. Nee, geht nicht bei dem. Das ist der, den ich gehittet hatte. Scheiße. Wir müssen uns auch einen Baum aussuchen, den wir stehen lassen. Ähm, am besten den, wo du gerade bist. Da setzen wir uns zwei, drei Vogelhäuser ran. Ja, fällt das erste Mal. Ja. Das ist noch nicht so schlimm. Ich glaube, der ist noch nicht so schlimm. Ähm, der ist noch ein Baum fällt. Ich glaube, der ist noch ein Baum fällt. Ja. 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 Das regnet. Apropos Regen, äh... Ja? Dings. Wassersammler. Danke. So, hier die Fackel. Lalalalalala. Äh, was war das für eine Melodie? Ich hab keine Ahnung. Okay, läuft bei dir. Ich bin jetzt schon irre. Also, wenn das so weitergeht mit dem Fahren, sonst geht das bei mir auch bei Zeiten. Höh, die sind durch. Dann töte es. Nein. Aber es ist zu schnell. Die sind zwei. Dann, ähm... Fangen sie ein. Nee. Apropos Einfangen, das bringt mich auch grad auf ne Idee. Das ist weg. Oh lol, du hast das SOS schon fertig gebaut? Ja, schon längst. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab's sogar extra gesagt. Wow. Äh, hier geht's weiter. Ähm, hier ist ein... Hm. Ein Hm. Ja, komisch, dass die mich nicht gesehen haben. Da rennt eine Hüse vorbei. Ja. Du heiliger. Ja. Ja. Klatsch die alte Erste. Ja. Klatsch die alte Erste oben. Genau. Ja, natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Weißt du, ich mach hier Produktives und du le... Du kuschelst da mit Weibern. Was heißt kuscheln? Ich verbrenn die. Oh, mehr Knochen für mich. Oder nee, warte. Ich mach die. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Bitte was? Das sah so doof aus. Oh mein Ding. Also, Melvin, ne? Wenn du Zeit für dich brauchst. Wir machen gern ein Loch in den Baum. Alles gut. Okay. Ich wollte sie da hinlegen und dann ist sie mit dem Kopf voller Kanne gegen das Holz geklatscht. Na, die ist ja doof. Die ist tot. Sascha, die ist doof. Da guckt eins, Melvin. Guck mal. Ich esse hier fleißig Beeren, damit ich an Samen komme. Ah. Da hinten rennt ein Freund von dir hinter dir. Ja. Ähm. Und der hat eine Freundin mitgebracht. Okay, ich bin weg. Hey. Ich tauch einfach im Wasser unter. Ja stimmt, da kommen sie ja nicht hin. Aber da hast du keine rote Farbe mehr. Ich hab die jetzt schon nicht mehr. Äh. Stimmt, ich hab die auch nicht mehr. Ja. Bleib mal stehen. Stimmt, du hast wieder ne Negerklatze. Du bist voll der Neger. Was soll das denn? Du spielst hier drinnen gerade einen schwarzen. Ist das so schlecht? Hi, Detlef. Und Olaf. Detlef. Oooooooooooooooo! Alter! Oh! Schüss! Hinter dir! Ja, ich kriegs mit! Pat, pat, fuck! Ich gehe einfach auf den Anker! Ich gehe auf den... Geh doch rein! Hinter... Ja, ich bin hier auf dem Anker. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme da hoch. Komm. Gott. Ja. Äh. Äh. Ich glaube, das war's. Bis zur nächsten Folge. Nein, ich bin oben. Ja, gut. Nichts. Na, was machst du so? Ich hänge hier so ein bisschen ab. Ja, ich auch. Sitze auf dem Anker. Das kriege ich jetzt mit. Ich habe nicht mal einen Bogen im Inventar. Stimmt. Ich habe keinen verdammten Holzstock. Ich auch nicht. Scheiße. Aber ich habe was anderes. Oh. 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 Gut. Ich packe das, glaube ich, mal lieber wieder weg. Die Möwe kann uns retten. Was? Was? Hier. Guck mal. Drei Stück rennen hier rum und das waren aber mehr. Ja, sechs Stück. Äh. Guck mal, der Ende ist wirklich vor Möwe weggerannt. Das ist die Möwe weg. Oh. Toll. Ich mache jetzt. Was hast du das? Komm. Komm. Oh Gott. Hinter dir. Alter. Komm, 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 Detlef. Knochen, Knochen, Knochen. Ich habe ganz viel Knochen. Menschen, Menschenbein. Ich esse ein Menschenbein. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier sind noch mehr rumgerannt. Ja. 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 Äh, Melvin. Hast du mir irgendwas zu ansagen, ne? Dass es nicht so, wie es aussieht. Alles klar. Oh, Mist. Es ist schon fliegend dran. Ja, ich würde die mal eintauschen gegen eine neue, weil, ne? Ich nehme die nächstbeste, die zugelaufen kommt. Jetzt gib mir doch mal den... Dude. Och, leck mich doch fett, ey. Oh, ich glaube, die sind nicht hier. Aber ich bin mir nicht sicher. Das wäre aber gut. Denn ich habe keine Lust auf ungebildene Gäste. Also, ist hier gar nicht. Das war bestimmt deine Freundin in deinem Haus. Die hat die angelockt. Nein, das war eine ganz nette. Ja, das sagen für alle. Und dann kommt auf immer so ein eingeborene Kind zur Welt. Ja, ist mir noch nicht passiert. Ach, noch nicht? Ach, ihr habt schon geprobt dafür. Nein, nein, nein. Ah. Hier, Melvin, du musst bei den Toren auch aufpassen, dass diese Querbalken drin sind, ne? Die waren bei dem hier draußen. Achso, hier war nur eins davon. Ne, das war die Querbalken, die du hier so siehst, die von unten nach oben gehen. So schräg. Die waren hier draußen auf der Seite. So wie jetzt ja. Achso. Jetzt sind sie drin. Oh, ja, okay. Und ich mache uns die Hasenkäfige hier, also die Hasen-Fanggeräte. Ja. Wenn die nie so viele Stöcke fressen würden. Stimmt, gibt es nicht mehr improvisiert. Handgemachte Axt. Ja, die aus Stein, Seil und Stock. Ja. Sag nicht, die hattest du noch nicht. Hatt ich auch noch nicht, weil ich ja Dings... Was denkst du, mit was für einer Axt sich die Bäume die ganze Zeit gefällt hat? Deswegen ging das ja so schnell. Ich glaube, wir brauchen noch so ein Hasen-Fanggerät. Falle. Okay, Falle. Hasen-Fanggerät. Wird sich besser als Falle. Aber... Aber Falle, wir wollten doch aussetzen, ob man sich selbst hängen kann. Also... Ja, das müssen wir dann machen, wenn die anderen zwei da sind. Ja. Das ist das. Und das müssen wir dann am besten in einem Dorf machen, wo ganz viele Eingeborene spawnen. Natürlich. Damit die gleich was zu spielen haben, während wir das Dorf blindern. Hm. 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 Ich weiß, hier vorne am Waldesrand gab es diese komische rote Blume. Dafür brauch ich auch noch ein paar Samen. Hä? Was war jetzt? Oh, blauer! Aua? Das ist kein Spaß. Nein, blauer! Wie blauer? Blau! Hat der zu viel gesoffen? Kann sein. Oh. Gerade tot. Wer du? Aua! Nein! Wo jak managersesto slungs mit Mansena, wir sind alle? Absolut. Ja, gut!